So Leute, grüßt euch und willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal und zwar Laptop Tycoon. Auch von demselben Macher wie Smartphone Tycoon, so wie, ja, naja, sieht man ja auch ein bisschen daran, ne? Ja, und in diesem Spiel tut man halt eine Laptop-Firma aufmachen und Laptops entwickeln. Ja, ich würde sagen, wir machen nochmal das Spiel starten und los geht's, ne? Wollen Sie wirklich beginnen? Wollen Sie wirklich ein neues Spiel beginnen? Freie Spielergebnisse werden gesagt, gibt's doch noch nicht mal welche. Ihn Namen machen wir jetzt mal, was ich gerade mir schon ausgedacht habe. Rex. Rex. So, eine Firma erstellen. So, schauen wir mal. Tutorial. Willkommen beim Laptop-Tutorial. Also, wir wollen mal Zeit lassen, wir müssen schon mal laufen. Tutorial. Willkommen beim Laptop Tycoon. Das erste, was Sie tun müssen, ist Mitarbeiter für Ihr Unternehmen einzustellen. Gehen Sie dazu auf die Registrierkarte Mitarbeiter. Dann stellen Sie eine Mitarbeiter Ihrer Wahl ein. Nächstes, um mit der Erstellung Ihres Laptops zu beginnen, gehen Sie auf die Registrierkarte Laptop erstellen. Nachdem Sie Ihr Laptop entworfen haben, beginnen Sie Mitarbeiter mit der Arbeit an seiner Erstellung. Okay, nächstes. Wenn Ihr Mitarbeiter Ihre Arbeit beendet haben, wissen Sie wählen, wie viele Exemplare für den Verkauf erstellt werden sollen. Aha, nächstes. So. So. Wenn Ihr Laptop weltweit verfügbar ist, können Sie Kundenbewertungen einsehen. Je höher die Bewertungen, desto besser die Verkäufer. Aha. Nächstes. Um den Umsatz und Anzahl der Fans zu steigern, müssen Sie Marketing betreiben. Und mit dem Marketing zu beginnen, müssen Sie zur Registrierkarte Marketing gehen. Dann die Art des Marketings auswählen, wie viel Zeit dem Marketing-Experte zur Verfügung steht und wie viel Sie für die Arbeit bezahlen. Denken Sie daran, je mehr Fans, desto besser die Verkäufer. Richtig. Nächster. Zu Beginn sind viele Funktionen im Spiel nicht verfügbar. Um Sie freizuschalten, müssen Sie Forschungspunkte erwerben. Sie können bei der Entwicklung Ihres Notebook-Getriebssystems oder Prozessors Forschungspunkte sammeln. Um neue Funktionen freizuschalten, müssen Sie zur Registrierkarte Forschung gehen und die Funktionen auswählen, wie Sie durch die Ausgabe Ihre Punkte freizuschalten möchten. Nächster. Wenn Ihr Unternehmen zu wachsen beginnt, sollten Sie neue Mitarbeiter einstellen. Es gibt jedoch nicht immer genügend Platz für neue Mitarbeiter im Büro. Das Büro muss verbessert werden. Drücken Sie das für die Taste Büro, aufrüsten und bezahlen Sie für das Upgrade. Natürlich nicht echtes Geld, ne Leute? Nächster. Sie können nicht nur durch die Entwicklung von Laptops Geld verdienen, sondern auch durch die Entwicklung Ihres eigenen Betriebssystems oder Ihren eigenen Prozessors. Die Entwicklung eines eigenen Prozessors oder Betriebssystems ermöglicht es Ihnen, Ihr Unternehmen einzigartig zu machen und gleichzeitig gewinnen aus Verkostet. Das ist los. Viel Glück und gutes Spiel. Yo, Lombo. Dann, Freunde, bin ich mal gespannt. So. Füllen wir mal. Aha. Mitarbeiter, genau. Finde ich gut ist, ne? Arbeitserfahrung zwei Jahre, alter, 94, aber zwei Jahre. Komm, zwei Jahre, da war ich eigentlich schon okay, ne? Design ist hier sehr gut. Team, okay. Technologie, gut. Geht, ist leider nicht sehr gut. Kommen wir mal noch weiter. Japan. Japan ist hier mal nicht nach Japan aus. Okay. Ah doch, 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 kann sein. Arbeiterfahrung, sieben Jahre. Das ist schon mal was Besseres. Alter, 26 Jahre, Arbeitstunden, so viel will sie haben. Oh, 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 oh. Rating 9. Oh, oh, oh. Design ist sehr gut. Technologie ist auch okay. Team Design. Ja, gut, komm. Nehmen wir mit. Harald. Ja, dann können wir das. Jo, dann nehmen wir dich auch. Meine Mitarbeiter, okay. Allahs glaube, das hier ist ein bisschen unverschädigt. Aber na gut, kann man nichts machen, ne? So, und nun. Ah, mit Escape, okay. Nein, ähm. Doch, das war es eigentlich schon. Notebook erstellen, los geht's, ne? Ja. So. Name des Notebooks. Recks, Brecks, 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 mainmada A1. Brecks A1. Notebook erstellen. Ne, war da, brakst noch, ne? 02, lafter breite. Äh, wenn wir sagen, warum? Wir lassen einfach das also auch. Aber auch komplettteimal alles auch patched so. Einfach komplett erstmal alles so lassen, passt schon so. So wird halt der erste Laptop sein. Selbst kostet 794 Euro. Kosten, was soll das denn? Das ist viel zu viel. Kosten 915 Euro. Ich will nicht zu viel verlangen von den Leuten. Die Menschen wollen das auch schon kein Geld mehr bestätigen. Und die Arbeit kann losgehen. Beladung. So. So. Geweckt der Flieger, haut ihr die Füße ab. Doch, doch, doch. Hat nicht gestimmt. So. Okay, okay, okay. Wo sind die? Wo sind die? Ah, hier. Oh, 111 schon. Schön. Da können wir gleich auch schon mal ein paar Teile erforschen. Sehr schön. 75 Millionen haben wir. Okay, okay. Fans per Netz. Plus 40. Ja, Fan-Ads. Ja, Fans halt, ne? So, Bugs-Technologie, Design. Schön. Fan 40. Wunderbar. Weil da kann man so noch nichts gucken. Kann man auch nichts gucken. Aber hier kriegt die schon doch noch nicht. Hey, Moment mal. Ah, doch hier klickt man doch zum Vor... Ah. So sollte man immer noch voll werden. Genau. Ähm, 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 ähm. Hm, 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 hm. Ähm, hm, hm, hm. Ähm, hm, hm, hm. Ähm, hm, hm. Ähm, hm. So, hm. Neuer Rekord. Oh, neuer Rekord. Aha. Wie viele Kopien zu erstellen? Ah jetzt, wie viele ich erstellen möchte. Lass mir das mal so präsentieren. Oh, da machen wir mal Präsentation genauer. Cool. Brex Present. Wie geil. Nicht schlecht. Brex A1. Irgendwie cool. Screen IPN. Na ja. GPU Memory Intel i7. Oh, schonmal nicht schlecht. Wow. GTX 10. Eingibige DDR. Oh, das ist aber sehr schlecht. Komplett miserabel. Aber so fangen wir erst mal an, ne? So fangen wir erst mal an. Operationssystem. Weil der erste Computer war ja auch nicht gleich super high-end oder wie auch immer. Also fangen wir Schritt für Schritt an. Was fangen wir sofort, ist man einfach zu viel raus. So, jawoll. Price 915. Ja, für diese Misale Leiter hätte auch 200. Uuuuuhh. So viele Sterne. So gute Bewertung. Uuuuhh. Wunderschön, aber sehr Schmutzempfinden. Hä? Träume werden wahr. Ich bin froh, dass ich diesen speziell Laptop gekauft habe. Aber das muss doch überarbeitet werden. Aber nicht schlecht. Aha, okay. Okay, Leute, jetzt geht ein bisschen besser los. Wieder erstellen. Jetzt machen wir. Rex A2. Bam. So, dann machen wir mal. Machen wir mal die Laptop Breite jetzt höher. Laptop Höhe höher. Laptop Dicke mehr. Bildschirmbreite. Bildschirmhöhe. Tastaturlänge. Tastatur Höhe. Was ist das hier? Also, Nummer 2. Aha. Ja, Kameraposition ist das. Die bleibt auf 1. Anschluss zum Öffnen. Aha, genau. Trackpad Breite. Da wollen wir jetzt irgendwie angucken vielleicht. Ah, Moment. So, genau. Da, zack. Ah. Hahaha. So, Trackpad Breite. Äh, Trackpad Breite. Und Höhe machen. Ja gut, Höhe machen wir auch ein bisschen mehr. So, das sehen wir hier sind die Dicke. Okay, alles klar. Und dann, was ist das hier? Obere Ecken. Ah. Untere Ecken. Yeah. Seitliche Ecken. Aha, seitlich. Aha, okay. Nummer 4. Bildschirmecken. Okay, Bildschirmecken unten. Okay, Bildschirmecken. Und nix mal. Und Position. Alles klar. Okay, die Seite, das haben wir schon mal gemacht. Farbe. Hm. Wie ist denn die Farbe aktuell momentan? Silber, wie wir sehen. Ne? Yep, Silber. Äh, machen wir mal. Jetzt schwarz daraus. Richtige Schwab. Ja, was ist denn das? Na gut, dann nicht so. Äh, ja. Oh, cool. Nett, 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 nett. Okay, was ist das jetzt hier? Logo. Yep, den blenden wir ein. Das haben wir ja nämlich jetzt hier. Bang. Logo, Logo 1. Transparenz des Logos. Nicht transparent. Logo, Hintergrundbeleuchtung. Nein, mein Logo geht noch nicht. Nummer 2. Fingerabdruckskeller. Nein, machen wir doch nicht. Das lassen wir noch alles sein. Nummer 3. Gehäusematerial. Kann man nix machen. Spezielles Design. Oh, hei. Nein, noch nicht. Äh, Nummer 4. Plastaturbeleuchtung. Oh. Ne, kann man noch gar nicht machen. Touchpad kann man auch noch. Ne, kann man gar nicht machen. Okay, weiter. So, was haben wir hier? Ah. Ah. Machen wir doch mal jetzt ein IPS. Bisschen besser. Nummer 2. Ja, wir gehen in der Auflösung jetzt her. Nummer 3. Ich denke, ich kenne 120 jetzt mal. Ah. Nein, wir lassen noch 60 jetzt. So, jetzt gehen wir zum CPU-Klavasi. So, Prozessor bleiben bei Intel. Machen wir mal einen Ticken höher. Ich weiß nicht. Ah. Moment. Ach, I7 ist schon das ... Ne. Wir lassen aber I7. I7, aber ... Warte mal, ist denn das besser? Ah, Moment. Hier kann man ja hier sehen. Genau. Was heißt I5? Ist das und ... Ah, dann ist er I5 stärker. Okay, dann machen wir I5. 64 128 gb natürlich ssd da kann man nichts machen weiter die grafik hatte mci oder natürlich msi heißen und wir natürlich den namen nicht richtig verwenden was haben wir noch im gigabyte radio rhodion hat pappel sowohl pallet heißen i vge ach so ja ja kenne ich dafür kenne ich auch also zotec arocs xnp imo ein video machen wir eine nvidia genau die grafika in serie da kann man noch nichts machen speicherte grafika da kann man auch noch nichts machen anzahl der kerne kann auch noch nichts machen okay alles klar dann geht es weiter was haben wir hier mit dem free bsd machen wir erst mal windows bald mein betriebssystem aber erst mal windows nummer zwei material gut kann man uns machen usb-inschlüssel ja manchmal zwei cb so ja zwei beikauf millimeter aber mal zwei stück okay dann der das son zu sehen lautsprecher mama jama hier kann man nichts machen kann man nichts machen anzahl lautsprecher machen mal zwei klinik akustische kanäle machen mal 1 und 1 genau mehr geht ja auch nicht dann das hier die packung cool dann haben wir mal verpackungslänge doch mal so so brauche ich denke so brauche ich habe so ne pangsaugel man weiß weiß nicht besser verpackungsmaterial auf die nahe der verpackung nachleidung verpackung wir haben auch zwei noch auf zwei so wenn wir bei 890 euro prex a2 ok und ok ready so prex a2 das ist jetzt halt selbst kosten und die kosten dort sagt wir wollen nicht zu viel von den nutzer verlangen 1000 und für das bist du zu viel ist das scheiße machen also würde ich hier das bischof zugunsten zu den verkäufer den käufern manipulieren noch weiter untergehen kann im preis naja nur mal schauen was rauskommt was ich vielleicht bewerten werden so und ich will sagen wir machen schon mal ein bisschen mir tun wir schon das feilscheiben so schauen wir mal laptop breite laptop für laptop dicke das tut wohl länger brauchen wir eigentlich noch gar nicht das auch noch nicht das haben wir so eigentlich auch noch nicht alles was haben wir hier logostil nein nein das brauchen wir auch noch alles nicht bildschirm breite bildschirm höhe oberecke des bildschirms nach ich weiß nicht was haben wir hier samt denn noch haben es war nicht teuer alles was ich sage es geht eigentlich ne was wir hier mein betriebssystem erstellen eigentlich ist bilder schon ok wir brauchen eigentlich keine andere batterie batterie wäre wichtig genau das nehmen wir mal mit wenn ich dann hinein micro ist sie ja cool machen wir mal mit das hat was wäre das schon mal wenn mal ist es geblieben ok ach so zack nein nicht raus geht ach doch also rum gehst du denn raus ich bin noch gar nicht fertig gewesen mensch verpackungs dicke verpackungsbreite verpackungs habe verpackungsmaterial inklusive ladegerät jipp aber natürlich lautstärke stereo lautsprecher sprecher sprecher kanäle er kann nur ein einzelner lautsprecher jipp auch erhöhen zack so immer ok sondern schon nicht mehr so ganz so viel schauen wir mal noch hier lebt so breit ist eigentlich ok aber 15 jahre noch mal das und mal das und und bildschirm breite zack 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 genau so viel zu viel oh man gut dann müssen wir erstmal warten weil wir machen wir ein bisschen saugen sammeln für ihn jetzt so warten wir noch ein bisschen wieder so so 8, 6 Ah, 47 Fans dazu gewonnen Der Kauf Projekter 1 ist abgeschlossen Es wurden 87.72 Exemplare verkauft 80.36.088 verdient Uhuhuhu, gar nicht verkehrt Das ist gar nicht mal so schlecht, muss ich schon sagen So, jetzt müssen wir da nicht, glaube ich, gehen dass ich noch in die Bildschirme, die ich holen kann Zack, zack, jopp, funktioniert, passt Yeah So, jawoll So, jetzt ist Brex A2 fertig Achso, jetzt ist nur ein Bild Puh, Budget Machen wir mal auf den Mittel Direkt 50% so passt das Ich bin leider einfach erstellen fertig Keine Präsentation, wozu Ich bevorzuge eine andere Marke Wie bitte? Es braucht viel Zeit zum Starten Wie bitte? Vielleicht knallt bei euch allen Mit dieser netten Arbeit ich gerne Das ist schon wieder etwas besseres Nein, funktioniert ohne Probleme What the awkward, so würde ich das auch hören So Ja, jetzt, ne, wenn der jetzt mal erstellt Natürlich werden wir mehr Leute einstellen Ah, jetzt Marketing, genau Marketing Mein Betriebssystem Äh Nein The awkward bureau Nachrichten Äh, Marketing Bing So, machen wir mal schauen Einmal das hier und das hier Das hier Und Machen wir einmal das Ich kann mir eigentlich alles leiten, wa? Kino Boah, machen wir mal einfach mal alles Was gibt's denn alles, Mensch? Dass überall Wärme gemacht wird, ne? Bla, 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 bla Ja, 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 ja So, ruhig mal Was? Ich darf die Wärme gemacht werden So Das wär das Ratings Meine Laptops Forschung Äh Mein Mein Prozessor Die Erstellung eines eigenen Prozesses ist nicht geforscht Gehen die zur Abschnitt Forschung um neue Funktionszolle Oh Ich kann sogar selbst Prozessoren erstellen Das ist geil Mein Betriebssystem Da Jetzt auch noch nicht Upgrade Büro Äh Aha Okay Das heißt, zack Äh Ah ja Büro würde ich sagen, ne? Na, zu viel Äh Zack Mein Prozessor Design Mein Prozessor Mein Prozessor Äh Mann, das ist jetzt nicht euer Ernst Hä? Mein Prozessor Mein Prozessor Mein Prozessor Und mein Prozessor Ich muss all diese Drei Sachen freischalten Ja Aber Hä? Verstehe ich, wieso kann ich die hier nicht freischalten? Die sind ja ausgegraut Oder muss ich das erstmal irgendwie alles Damit ich hier oder wie? Achso, Level 1 braucht das Ne, das ist aber 2 Hä? Achso So Das ist schon Aha Anzahl der Kerne erhöhen wir mal Zack Okay So Und ich würde sagen, dann arbeiten wir jetzt mal einen neuen Laptop Äh Und zwar Brax Warte mal Moment Ein bisschen breiter, ein bisschen mehr oben Auflösung 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 Äh Ja Das machen wir noch eben und dann ist auch der Fahrt schon durch Breite Wie ist dann eben jetzt bei der A Die letzte Breite Blalala 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 Bildschirm breite? Ja genau Bildschirm höhe, genau Ja Das wird vorlegen und zack Jawohl Äh Kann man vorsichtig sein Bleibt alles so Zack Ja Farbe kann auch so bleiben Ja Logo von mir aus Ja Ja Da kann man nichts machen Weiter Nein Nein Bringen wir noch nicht rein Soweit auf Apex 4 Äh Prax 4 meine ich So Mist Da geht immer noch nichts besseres Guck wenn ich freischalt Scheiß Mist Zack Und Ja gut machen wir jetzt mal 120 jetzt Was? Ach ja Ja weil jetzt viel höheres Das ist ja voll Perfekt Aber hier wird er noch nicht mehr live sagen Na gut Nummer 2 Grafikkarte Ja dann haben wir die jetzt Ach ja kann ich auch noch hier erhöhen Stimmt Ja gut Halt den Mundmensch Brauchst du eine bessere Grafikkarte denn jetzt auch? Hier bleibt einfach noch bei Windows Zack Windows Okay Zack 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 Ja komm die Box lassen wir mal so Zack Are you ready? Bestätigen Zack runter Wir werden nie zu viel verlangen Die Leute haben kein Geld Mal aus dem wissen die 1090 oder sogar Das ist schon viel zu viel Wie gesagt wahrscheinlich werde ich hier Das Spiel auch noch manipulieren wissen um vernünftig weit runter gehen zu können Naja So Schauen wir mal Lachen Von Pau Früher ist als kurz abgestimmt Es wurden 61.8 x-men star verkauft und 42 62 m Jvon Ferdi Jooo Hahaha Mja Perfekt Rating Na Hm 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 ich würde sagen an dieser stelle die mir zurück und ich will sagen ich danke das neue spiel was soll die scheiße weiterspielen ich danke fürs zuschauen leute abonniert meinen kanal gibt meinen daumen hoch und beim nächsten mal wenn sie da weitergeht mit laptop icon und ich will auch noch smartphone tag oder zu kommen habe ich aber auch schon weiß ich bin ja bis dann